So meine Freunde, wie man es da? Abendstart für euch. Ich begrüße euch zur neunten Folge von Pokémon Omega Robin. Und wir rollen jetzt das Strandhaus auf. Die halbstarke Kati möchte kämpfen. Toll! Ach Gott, so viel was. Ich hasse so viel was. Ich hasse so viel was einfach. Ja, jetzt ist das, was du machst. Das war jetzt glaube ich. Das ist geil. Bis zum nächsten Mal. Nein, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt so. Wie war es los? Yes. Ja, das war es los. Aber ich hei nicht. Ich habe nicht so. Aber ich war es in diesem Fall. Aber es war ja auch. Ja, ich bin froh, dass du das was wär. Wir haben noch Erfahrungspunkte für so ein Kindes zu Bieres, ey. Das ist krass. Morgengrauen. Sehr, sehr gern. Haut mal weg. So. Jetzt mit Jester-Wook-Jester-Wook-Geschmack ist schon ein Platz, ne? Aber braucht keiner noch nicht? Aber ist noch useless, hoch 10. Ja, als wir mal in der Zustand haben. Ja, als wir mal in der Zustand haben. Na komm, noch einmal. Ich hasse sowas. Ich hasse, dass mir die Pest mit dem Eingriff senkt. Ich habe einen Simon besiegt. Juhu. So. Matrosa. So. Oh, bitte. Perfekt. Perfekt. Natürlich. Einmal noch so viel App hier vorne und poi damit im Donnerzaun. Ganz Spaß. Deine Ahnung. Da haben wir noch nicht so viel App hier, denn in der Stabilität wechseln. Die Stabilität wechseln. Das ist so. Ja, ob du es gefällt! Oh, der K.O. ist sehr schön. Level 17 Ja, man kann auch den Wechsel sehen. Jetzt müssen wir zum Beispiel bloß noch einen Trainer drin haben. In dem Kampfhaus, also in dem wir die im Strandhaus nicht da haben. Und wir erleben jetzt erstmal die Entwicklung von Prophet. Endlich ist er zu was gebrauchen. Ich schluck das aber nie. Konfusion! 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 Los! Sehr schön. Wir wechseln mal. Jetzt kann man den Schöster auswechseln. Ich denke mal, wie schon so eine Level-Soption hier. So. Ganz einfach was die Chance, Schöpo. Koinig-koinig-koinig-koinig- Das war's für heute. Da war Feuer drin, ich hoffe euch, ob es Tüchstuch war, aber es ist egal. So, jetzt wird er. Sixpacks brudelt es natürlich unschlecht. So, Strandhaus ist befriedet. A4 Plus, sehr schön, kann man auch gebrauchen. Das weiß ich noch nicht, aber dann, wenn es an die Battle-Pokémon geht. Denn wir haben ein Problem, was ich euch jetzt mal so nebenbei erzählen kann, denn es können im Lora's Road to Master Plus Pokémon teilnehmen, die auch in XY und was auch mit AB4 geprühtet sind. Und da ich sehr, sehr viele Pokémon aus Gen 4 und 5 genommen habe, bei meinem alten Spiel, habe ich jetzt natürlich einen Arschkraut gezogen und muss einen Großteil mal noch Pokémon mal neu züchten. In XY oder sowas. Deswegen habe ich jetzt auch so schnell die... 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 die Saphir Edition von Medrusch gespielt. Und jetzt nicht was. Die Sims rein geht. x5 Ach, Hans, habe ich 인터�упeln. Das mache ich die Musik. Oh, ey. Ach, jetzt schon weiß, wie geil war es. Ist doch schön. Auch Pau-Mobie. Was gibt es denn hier im Stand? Klar, und wird zur Donnerwelle der Käfer trotz Vertrauenssache. Ja, vermutlich schon verdient. Hm. Was ich sagen, wir waren so ins Pokémon-Center. Klauen wir dann mal die restliche Stadt ab, was dann noch so abgeht. Mal gucken, was dann so geht in der Stadt. Ja, aber wenn ich das Müsser entwickle, will ich auch nicht. Ist das mittler, dass ich die... ...vorscheben drinnen muss. Deswegen mache ich mir auch 18 Pokémon für das Let's Play insgesamt. Für den Typ halt eins. Jetzt mal die ganze Typen rausnehmen. Das ist schön mit dem Spitznamen. Ich kann auch mal die ganzen Typen rausnehmen. Warte, ich kann mal die ganzen Typen rausnehmen. Das ist schön mit dem Spitznamen. Ich kann mir sehen, dass die Leute hier sind so blauer. Was haben wir hier? Schmachgrippe auf die Bank. Oh, ich mag die Musik. Irgendwie so wenig was Weihnachtes ist. Das ist sowieso nicht. Okay, das ist scheiß gewesen sein. Ich tappel mal die Hose ab. Wesen, was ist denn da oben? Wett, dann muss man auch noch machen, Leute. Dann muss man auch noch durch. Ah, ich kann mal die Devon Wallen geben. Perfekt. Kannst du kurz sagen, was wir müssen? Tuh, nein, ich bin am aufhalten. Hallo? Oh, das ist ein Schwieriges. Das ist ein Schwieriges. Ganz schön cool, die Schufe. Okay, dann gehen wir mal hin, als nächstes. Ich siehe gut und meiden froh. Und jetzt geht's in das Clubhaus. So, eine Wachtformel. Und jetzt geht's in das Clubhaus. Es geht nicht. Ich bitte euch. Ah. Ah. Oh, ich spiele jetzt die Antworten. In der Stelle. Oh. O00. Hmm. Oh, ja. Oh. Oh. That's researched unsicher. Oh, Entschuldigung, ich habe den letzten Tag gewandt. Sehr, sehr anstrengend. Das sieht mir doch nach dem Seemuseum aus, wir haben uns viel Zeit. Ich dachte, ja, das ist nicht das Seemuseum, das ist der Werft. Oh, der Hafen, was er gesagt hat, das ist aber so, ich bin zu weit nach unten gegangen. Da muss man hier unten rein. Ja, ich habe auch schon. Lass mich da jetzt rein. Okay. Echt jetzt? Wollt ihr nicht kämpfen? Oh, die Musik ist schön. Die Musik haben sie echt geil gemacht. Wollt ihr nie? Mensch, haben wir so Glück gefunden. Cool. Und die haben uns gefunden. Leute, wir müssen das machen, warum wir den Kopf haben. Das sind sie jetzt wirklich total inne aus dem Pokémon. Sehr schöne Kamera, ob du bist. Perfekt, ich freue mich immer über dich. Team Magma-Ali, der hat uns schon gegenseitig stüßen, ey. Das geht gar nicht lang. Schubert, ich muss noch reden, ich muss noch reden, ich muss noch reden, ich muss noch reden. Das ist der Vorarschhochzehn. Franzi, der hat uns noch nicht reingekommen, ich muss noch nicht reingekommen, ich muss noch sagen, ich kann noch nicht reingekommen, ich muss noch mal sehen. So, Profit nach 14. Franzi, da war 19? Kap auf. Profit noch höher. So, das nächste tut mir schon mal weg. Perfekt. Ach, ihr Arme. Oh, hallo. Oh, markt einfach von Chimacro. Ja, wir brauchen mal Land, hier ist zu much water. Oh, die sind ja ganz schön stark bezogen, muss ich jetzt mal so sorgemüßig ist. Ja, da würde ich sagen, wir haben die Waren abgeliefert. Dann verziehen wir uns jetzt mit uns Pokémon Center speichern und machen aber nix. Und das wäre es dann mit den ersten neuen Folgen von Pokémon und Megarubin. Wir sind ja das nächste Mal in Folge 10, da gibt es ja noch das versprochene neue Teammitglied. Und mal gucken, weil ich mache jetzt kurz wenig mit dir dabei, ich kriege es noch hin vorher. Das andere auch noch, ups, das andere auch noch mit zu organisieren. Und ja, ich basche jetzt. Wir haben jetzt 2 Uhr und 3 Stunden an und 40 Spielzeit. Und ja, ich würde sagen, das war es von mir erstmal für heute. Und ja, bis morgen, bis dahin, haut rein. Und ciao.